Bin mal gespannt, ob ich wieder auf eine Höhle stoße. Ich bin da echt mal gespannt drauf. So, dann gehen wir gleich mal hier rüber. Was ich auch schon überlegt habe, ob ich nicht eventuell die Gummibaumfarm ein bisschen anders mache. Dass ich die so, keine Ahnung, so eine Art Allee einfach mache. Um die Tiere rundum. Wäre auch eine schöne Möglichkeit. Was ihr auch mal gerne machen könnt. Ihr könnt mir auch gerne mal so ein paar Vorschläge posten, was ich denn als nächstes bauen könnte. Und kommt mir jetzt ja nicht mit einem Atomkraftwerk. Atomkraftwerk gibt es nicht. Da habe ich einfach zu wenig Materialien dafür, wenn ich nicht mal eine anständige Solaranlage hinkriege. Äh, ja, ne? Weg mit dem Kürbis. So. Das könnt ihr doch eigentlich auch gleich mal zufüllen, wenn wir schon dabei sind. So, her mit der Erde. Zack. Nö, der soll da nicht hin. Okay, erstmal hier die tiefen Löcher zu machen. Na komm, lass mich doch da meine Erdblöcke reinsetzen. Sehr nett. Oder auch nicht. Ja, dann machen wir das Ganze eben von hier. Soll mich auch nicht stören. Nein, 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 nein. So, dann hätten wir das Ding hier schon mal weg. Dann geht es wieder weiter in die andere Richtung. Ne, das gefällt mir nicht. Ach, es wird Nacht. Sollten wir vielleicht mal pennen gehen. Aber vorher sammle ich hier noch das Zeug ein. Ein paar von den Bäumen haben sowieso, ähm, ich glaube, ich werde die gleich mal abholzen. Und die Birken hier, ja, die, ja, ne? Die müssen eigentlich auch mal weg. Ich glaube, da werde ich mich gleich mal drum kümmern. So. Destruction Katalyst aus der Hand nehmen. Denn ich weiß nicht, was passiert, wenn ich, äh, quasi mit dem Destruction Katalyst hier rechtsklick mache. Klar, wir haben im Moment nur Stufe 1. Aber das reicht schon, um hier irgendwas kaputt zu machen. So. Oh, ein Achievement. Das ist ja was, ganz was Neues. So. Dann einmal hier nach unten. Geht ja mit der Axt relativ schnell. Uh. Ach du Scheiße. Da war ja was, ne? Ha. Aber da habe ich ein Problem, ne? Ähm. Und zwar. Wollen wir da kurz gucken. Okay. Ähm. Dass hier keine, äh, 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 hier, hier Saplings mehr rausfallen. So, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier ein paar Gummibäume fällen. Und werden die ein bisschen umsetzen. Darf ich da noch gucken, ob ich eventuell irgendwo, äh, äh, Bohnemeal hab? Äh, 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 äh. Okay, hier fallen schon die ersten Sepplings raus, das ist nicht schlecht, denn die brauchen wir schließlich auch wieder, um die Bäume anzupflanzen, ohne Sepplings geht da nix. So, hier kann ich nach oben. Nächste Lücke finden, auf nach oben und rückt ja ein paar Sepplings raus, ich sag's euch. Ja, irgendwie ein bisschen mau, ne? Aber man kennt es ja von den Bäumen hier. So. Das müssen alle weg von hier. Bis auf die da drüben, die können gleich stehen, wobei, die habe ich auch so schlecht gesetzt, nicht in den gleichen Abständen, es kommt alles weg. So, den hier gleich mal aufsammeln. Mühsam gepflanzt und schnell wieder abgerissen. Ich hoffe nur, ich kriege genug Sepplings. Und das Rubberwood werden wir dann auch gleich wieder verarbeiten. So, da hätten wir schon wieder einen neuen. Und zwar schmeißen wir das auch einfach in den Extractor und, ja, kommt zwar nicht so viel Rubber bei rum, aber ein bisschen was ist es auch. Wehe, du frisst meinen Seppling. Böse Kuh. Ah, ich glaube, da kommen schon ein paar Sepplings zusammen. Wenn ich mir das mal so angucke. Und irgendwie habe ich gerade keine Musik mehr. So. Die Gummibäume müssen weg. Die Gummibäume müssen weg. Seppling? Ja, hier. Haben wir noch Knochenmehl im Lager? Wisst ihr das zufällig? Ich hoffe mal. Kann nämlich sein, dass wir das ganze Knochenmehl schon verbraten haben. Und wenn, macht es auch nicht. Lassen wir die Gummibäume eben normal wachsen. Dann muss eben der Rest der Solaranlage noch ein bisschen warten. Ich glaube, ein bisschen Gummi haben wir jetzt noch in Reserve. Ein bisschen was hatten wir noch in der Tasche. Beziehungsweise in unsere Kiste geschmissen. Boah, sind das doch so viele? Klar, ich könnte jetzt schneller auf die Bäume kommen, wenn ich den Hoover-Mode ausmache. Aber, oh, ich habe einen Seppling gesehen. Noch einen irgendwo? Ja. Hier. Wie viel haben wir denn? Oh, und da auch. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Zehn Stück? Ja, das kann sich sehen lassen. Nee, elf. Muss mich korrigieren. Und da hängt noch einer im Baum. Kommst du wohl her? So, den Baum haben wir. Dann müsste eigentlich das der Nächste sein. So, ab nach oben. Pitsche, pitsche, patsche, putsch. Denn die sollen jetzt dann alle schön, äh, quasi so in einer Reihe schön angeordnet dastehen. Man siehe meine Halle. Da muss auch alles passen. Komm, komm, Lamin nach oben. Ich hoffe, mein Jetpack ist jetzt nicht dann leer oder so. Okay, wir haben unser Reserve-Jetpack. Ist alles kein Problem. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht extra nur wegen dem Jetpack zurücklaufen. Ich denke mal, ein paar Zäune werden wir auch noch brauchen. Ich könnte eigentlich auch die Gummibaum-Farm ein bisschen einzäunen mit so einem schönen Schild vorne dran. Das wäre doch auch was. Ja, ich glaube, das werde ich machen. So, wir gucken mal, ob hier noch irgendwo Saplings rum... Oh, guckt mal. So, hier noch irgendwas. Ich möchte hier eigentlich keine übersehen. Sind kostbar. So, nächster Baum. Wir haben's gleich. So. Lass mich hoch. Lass mich hoch. So. Saplings mitnehmen. Mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Boah, der ist groß. Auch nicht größer wie der andere, aber... Doch, ein bisschen. Er hatte mehr Blätter oben. Drei Stunden später. Und eigentlich, wenn man's mal wirklich genau nimmt, müsste ich ja die Stämme kahl lassen. Denn dann sehe ich auch wirklich alle von den gelben Spawnpunkten auf dem Baumstamm. Boah, das sieht so hässlich aus. Ich mag das nicht. Ne, die bleiben so, wie sie sind. Was man wegmachen kann bei den Großen, ist die unterste Reihe an Blätter. Und das sollte dann eigentlich auch reichen. Da ist jetzt, denke ich, auch eine Menge was an Holzball rumgekommen. So, komm her. Komm her. So, da liegt noch was. 29 Saplings. Okay. Was wir noch machen müssen, ist das Gehege hier ein bisschen vergrößern. So, das heißt... Ja, was heißt vergrößern? Ne. Ich möchte das Ganze ja ein Stück weiter nach hinten legen, dass quasi die erste Farm... Hier beginnt. Also, dass quasi diese Dinger hier komplett frei sind. Das heißt, ich muss die Schafe, die werde ich am besten, weil die brauche ich sowieso am wenigsten, werde ich hinter die Kakteen verfrachten. So, wir gucken mal hier noch kurz, ob ein paar Saplings rumliegen. Nein. Da drüben vielleicht. Ja. Aber natürlich... Oh. So, in der Zwischenzeit gucken wir mal kurz in die Halle. Ich brauche nämlich noch ein paar Zäune. Wobei, ich könnte... Ja, okay. Ich gehe jetzt erst mal schlafen. Vielleicht sind ja bis dahin alle Blätter abgefallen. Äh, beziehungsweise alle Saplings heraußen. Wenn überhaupt noch welche kommen. Was, you can only sleep at night. Es ist doch Nacht. Dankeschön. So. Ähm. Naja, das hat natürlich zeitlich nicht gereicht. Was wir ja schon mal machen können. Wir können die Zäune auch noch mal kurz abreißen. Denn, äh, ich möchte ja hier so eine Art Weg bauen. Der sollte allerdings zwei breit sein, damit die Schafe hier auch durchpassen. Das heißt, hier geht der Weg lang, dass ich die hier schön durchziehen kann. Wir brauchen auf alle Fälle noch ein paar Zäune. Da kommen wir wohl nicht drum rum. So, Sepplings. Okay. Wir müssen sowieso zurück. Jetpack leer. Das war wohl zu viel fürs Jetpack. Dumm-ti-dum-ti-dum-ti-dum-ti-dum. Und ich sehe schon, ich darf eh gleich schon wieder eine Aufnahe-Pause machen. 45 Minuten sind rum. Das heißt, drei Folgen. Mehr wollte ich heute eigentlich auch gar nicht aufnehmen. So. Leuchtest du denn schon grün? Nein. Oh, diese Türen. Ab und zu, äh, denke ich mir echt, ihr wollt mich treuen. Die ist voll. Ach, die sind fertig. Schön. Das heißt, wir können uns das nächste Mal hier, puh, den, ähm, den, den, den Extractor bauen. Und das werden wir dann, denke ich, auch als erstes tun. So. Aber wie gesagt, ich werde hier auch wieder mal eine kleine Aufnahe-Pause machen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Minecraft Techit.